Und die müssen sie nicht für Dias gehabt haben, die müssen die Dias-Spitzsäcke, damit die das überhaupt abwauen können. Drei, vier, fünf, sechs Stück müssen sie gehabt haben. Ne, zwei für das Schwert, drei für die Spitzsäcke, einen für den Tisch. Haben sie ein mehr gefunden, als wir. Wir hatten fünf. Ja. Naja. Ja, ja. Wie das im Let's Battle halt so ist, die ersten Folgen sind einfach nur Mining, Mining, Mining. Mining, Mining, Mining. Zumindest haben wir schon mal einen Kampf geführt. Wir haben uns ja täglich verloren, aber... Mein Lied singen. Unterhaltung. Unterhaltung früher. Ich kenne ein lustiges Mein-Lied. Kohle, 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 Kohle. Oh, bitte nicht. Ich singe auch eher Kohle, Kohle. Habe ich zumindest früher bei meinem Let's Play gemacht. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich fände auch daran, dass ich jetzt... Dass ich mittlerweile Offline-Kohle farme. Weil das irgendwie sonst zu unspannend wird. Ist auch so, ist auch so. Ich meine, im Together geht das. Da kann man sich über allem möglichen Scheiß unterhalten. Ach, hier ist noch Red Zone. Gut, äh, ja. Ich seh deinen Namen. Oh, da bist du doch du, oder? Ich seh dich nicht. Ach doch, da bist du, ja. Ja. Ja, das ist... Ja, das ist mein Name. Boah, ich hab mega Hunger. Ja, ja, so kriegt der Level. Indem sich die ganze Kili-Sola-Line rausnimmt. Habe ich doch da reingepackt. Da liegt so, hast du ja auch, was hier... Weil... Oh, hä? Ach so, Eisen? Und, und, habe ich jetzt gerade mit Eisen gebrannt. In der unteren. In der unteren mit Eisen? Ups. Ich habe fünf gefunden, die gebrannte ich jetzt gerade. Ähm. Wollte ich mich trauen, nach oben zu gehen und was dazu holen? Ich mach halt. Ich werde auch versuchen, ein paar Schweine. Ich guck erst mal, ob du da tagelst. Ich will jetzt hier das hinkucken. Rauslunzen. So, ein Block wegbauen. So. Ähm. So, du hast jetzt ein Einmal gecraftet, ja? Jo, und ich nehme das Schwert mit. Um, um Schwein zu töten. Jo. So, mein Eisenspezial ist kaputt. Naja. Mach mal mit Stein weiter. Was richtig nice wäre, wäre, wenn wir, ähm... Ein Ballager-Dorf, dann könnten wir schön handeln. Ja, hast du schon grüne Sachen gefunden? Ich noch nicht. Von wem hab ich Schaden gekriegt? Oh nein, ich krieg. Ach, äh, ich verhungere. Äh, ich gebe nach unten und lasse da mein Zeug und... Jo, jo. Fuck, worauf bin ich jetzt gestoßen? Bist du auch verhungert? Gestorben? Ne, ne, ich bin auf einen von meinen eigenen Kanälen getroffen hier. Ich hab Gold gefunden. Kann man Gold nur mit Eisen abarbeiten, ne? Äh, darfst du mein Leben eigentlich einsammeln? Jo, jo. Ich lasse dann mein Leben hier im Inventar. Oder ich gebe dir das jetzt schon mal. Äh, du stirbst du wirklich, oder? Äh, stirbt man ab der Hälfte nicht mehr? Es kann sein, dass der Service eingestellt ist. Man fangen muss es zumindest nicht. Ich probiere jetzt keine Ahnung mehr, was da eingestellt ist. Okay, erstmal gucken. Hast du das Wasser jetzt mitgemacht eigentlich, oder? Ne, ich bin von der Hälfte wieder nach unten gegangen, weil ich dachte, ich sterbe jetzt. Und ich wollte nicht da oben sterben. Ich lebe jetzt. Tja. Raucherhusten. Ja, nur, dass ich nicht rauche. Ah, okay, okay. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Das wissen meine Abonnenten ja schon. Obwohl, bis sie das hier sehen, wissen sie das natürlich nicht mehr. Aber dann wissen sie ungefähr, wann ich es aufgenommen habe. Naja, also ihr kriegt das natürlich später zu sehen, weil wegen... Ja, es ist Tag. ...wir sonst uns gegenseitig spoilern. Aber es regnet. Ja, das haben die ja gerade schon geschrieben. Achso. Ich bin auf kein bisschen Lava hier unten gestoßen, weißt du? Als würdest du keine Lava geben. Ach, hier musst du doch irgendwo Tiere geben. Vielleicht suchen sie sich jetzt auch eine neue Basis, weil wir ungefähr wissen, wo die sind. Das kann natürlich auch sein. Wir hätten oberirdisch nach dem Leben suchen sollen. Vielleicht haben sie sie auch gar nicht oberirdisch. Kann ja natürlich auch sein. Ja, dann würden sie aber gegen die Regeln verstoßen. Achso, ja, stimmt ja. So, wo haben wir denn ein Schwein oder irgendwie was ähnliches. Was ähnliches? Gar nichts. Ja, ein Hühnchen oder eine Kuh. Hier gibt es einfach nichts. Auch über den Redstone. Oh, oh. Das sind die anderen, oder? Ja. Wer hat denn jetzt wegen geslayt? Die, gegen die wir verloren haben? Ja, Franek hat den Jamelen-Flo getötet. Nee, bei mir stimmt nicht, dass Franek jemanden getötet hat. Doch. BGM-Flo? Nee, bei Feuersturm. Feuersturm ist ja Franek. Achso, heißt der nicht Franek? Nee. Stimmt. Dann haben die ja schon wieder welche getötet. Ja gut, die sind gut ausgerüstet. Die haben unsere Ausrüstung dazugekriegt, ne? Ja, das ist gut. Wenn die sich gegenseitig bekriegen, dann lassen sie uns vielleicht in Ruhe. Sehr super. Hier ist echt gar nichts. Ah, das ist toll. Aber der andere ist nicht gestorben. Nee, vielleicht waren die nicht zusammen gerade. Oder der versteckt sich in irgendein Tunnelsystem. Wenn wir uns hier unten im Tunnelsystem verstecken, dann sind wir auch unantastbar. Oh Mann, ich finde hier einfach gar nichts zu essen. Müssten wir einfach warten. Vielleicht unten, ich habe Coco Beans. Da ist der andere gestorben. Oh, vier Leben weniger. Jetzt können sie sie eintauschen gegen zwei. Vier Leben weniger muss nicht sein unbedingt. Ach ja, stimmt. Zwei auf jeden Fall. Wieso ist der Diamant entdeckt jetzt da? Hier. Der Diamant muss hier rein. Guck mal, wo geht es hier noch rein? Da? Ah. Wieso ist hier unten? Nee, ist gar nicht. Entschuldigung, ist ja. Ich habe mich verguckt. Alles ist gut. Kohle, 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 Schwab, wieder. Du, hier unten noch, nicht in Istanbul. Nee, nee. Hast du dir jetzt Wasser geholt, oder was? Wo willst du denn die Farben hinbauen überhaupt? Ah ja. Einmal was hat er in der Mitte zeigt. Wo ist das? Wo ist das? Hier geht es Krabbel. Hat dieser Holzboden eigentlich gemacht, dass sie das anstecken konnten und dass sie so Brand hat, oder? Das weiß ich nicht. Ich denke, die haben es einfach auf Steigen gemacht. Und dann ist es schnell genug wieder erloschen, oder? Keine Ahnung. Da habe ich schon genug Feuerstein jetzt. Zwei gelbe, zwei rote. Zwei blaue. Oder? In zwei. Zwei fremde in ein eigenes. Ja, ja. Aber die sind noch blau, oder? Nee, nee, die haben zwei. Achso. Die sind blau. Die haben zwei. Die blaue Armee erobert die Welt. Oh Gott, es ist dunkel. Ich komme nicht schnell nach Wasser. Gut. Ja. Was brauchen wir eigentlich, um Kekse zu machen? Äh, Weizen und Kokobins. Bist du da oben? Ja. Viel Angst, ey. Ich habe noch was da geholt, damit wir uns eine ähnliche Quelle machen können. Okay. Die Quelle bastle ich einfach hier. War gerade oben dunkel, aber hier ist Eisen. Das ist nett. Wollte ich mal sehen. Direkt hier. Das passiert schon mal. Draußen regnet es. Aber ich schade nach so. Ich habe kein Leben mehr. Äh. Ja, müssen wir noch ein bisschen aufgarten. Äh, wo ist der Deer? Habe ich in die andere Kiste geparkt. Achso. Die da neben? Na, Kohle brauchen wir da nicht unbedingt reinpacken, oder? Aber ist ja. Warum sollen wir es in anderen schenken, wenn sie unser Lager finden? Ja, ich meinte nur, irgendwann geht's. Oh, wow! Ein Slyme! Was denn? Wie geil. Ich habe mich aber mega erschrocken. Da kommt noch so ein grüner Kümmel irgendwas. Können wir Sticky Pistons machen. Ja, ich habe zwei Schleimkugeln. Das ist ganz wichtig, dass wir die kriegen. Soll ich in die... Ich mach's einfach in die... ... in das Kiste. Wow, du bist Kerl. Ich mach mir einfach nichts. Ich denke, das Weizen wird ewig brauchen bis... Ne, wohl, so lange dauert das gar nicht, weil wenn wir uns ausloggen, der Server läuft ja weiter. Das heißt, das wird irgendwann wachsen, auch wenn wir nicht weiterspielen. Das ist ja cheap, Mann. Wenn sie die anderen könnten, machen sie ja wahrscheinlich auch eine Weizenfarm, denke ich mal. Ja. Oh, ich bin dann ins Weltenden gekommen. Okay. Oh. Aber ziemlich, dann müsste ja schon... ... in der Einrichtung von den anderen sein. Ne, ne, ich bin schon weiter runtergelaufen. Ach, hast du nochmal umgedreht oder was? Einen Knick reingemacht. Nein. Ich guck mich nur hier oben ein bisschen um, aber es sind kaum Monster da im Regen, das ist ganz komisch. Da ist ein Creeperchen. Den lege ich mich jetzt besser nicht an. Ich hab nämlich noch drei Herzen, das wären die so praktisch. Hab ich sie mir runtergefallen? Ne, ich hab einfach kein Leben mehr. Ne, weil... Das Geld hat auf mich geschossen. Ach so. Ich würd schon sagen, weil bei mir ist... ... nach der Fülle... ... noch gewesen. Level 1. Ich bin Level 12. Kannst du nicht benutzen. Das ist das einzige Trauer geht da dran. Da müssen wir erstmal Diamanten finden, bevor wir irgendwas... ... machen können. Richtig, komm jetzt wieder runter. Ja. Wenn ich den Eingang finde. Wo war denn das? Hier. Hab ich mich vorhin auch gefragt. Ne, hier war das nicht. Doch, hier war das. Ich hab vorhin auch erstmal... Nein, das war nicht die gleiche Stelle, wo ich sonst immer rausgekommen bin. Ich hab grad aber auch ein paar Anleute gebraucht, bis ich den richtigen gefunden hab. Ja, das hab ich dann an deine Stelle genommen. Ich hab geguckt, wo kein Gras war. Und das war dann wohl deins. Da muss ja nicht gleich jeder hier runterfinden. Endlich mal. Schön ist, wenn wir hier hochgucken. Die kommen hier den Gang runtergelaufen. Die können nicht schnell hier runterlaufen, weil wir das nur so niedrig gebaut haben, dass man ewig braucht. War gut gemacht. Das war extra so. Oh, wir nehmen jetzt schon eine Stunde auf. Und schon viele Leute sind gefallen. Ja, das ging relativ schnell jetzt, ne? Oh, wir brauchen mehr Eisen. Oh ja. Puh. Das ist ja schrecklich. Wir finden ja gar nichts hier. Wie macht man nochmal Feuerzeug? Flint und Eisen, ne? Ein Flint und ein Eisen. Ich hab schon ein Feuerzeug. Hast du schon Eisen dafür verballert? Ja, ein Eisen hab ich dafür verballert. Das tut mir leid. Ah, dafür musst du mich auch entschuldigen. Wahr. Ja. Ohne volle Rissung geh ich jetzt nicht mehr raus hier. Ne, 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 ne. Ganz so schlimm nicht. Könnte voll vergessen, ey. Wir waren schon so weit. Wir hatten ja schon die Brust. Das Schlimmste hatten wir ja schon gemacht. Wir wollten unbedingt andere. Wir wurden gleich im comparesigen und wir brauchen die Brust der Brust der Brust der Brust.